Ich werde zwei Semester an dem USA studieren, California West Coast und Pennsylvania am Nordosten an der East Coast. Draußen sind 37 Grad, viel zu heiß. Ich werde ein Semester in Irland studieren und zwar in Limerick. Ich komme gerade vor, als wäre ich so ein Film. So schön, also so habe ich es mir wirklich vorgestellt hier.